Hi zusammen, heute zeige ich euch ganz kurz, wie ihr beim S-Pen die Spitze tauschen könnt. Dafür verwende ich nicht die Originalspitzen, die man bei Samsung bestellen kann. Ich verwende die Spitzen, die beim Staedtler Norris Digital Jumbo, ein Stift, den ich schon mal getestet habe, mitgeliefert waren. Denn nach einem Kommentar, den ich bekommen habe, sind die anscheinend kompatibel. Ob es wirklich funktioniert und ob man so dann gute Minen bekommt zu einem günstigen Preis, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Kommen wir nun zum Wechsel der S-Pen-Spitzen. Hier ist jetzt der S-Pen, dessen Spitze schon ziemlich abgenutzt ist. Und das Ziel ist es jetzt, die Spitzen, die wir hier haben, die beim Staedtler Norris Digital Jumbo mit dabei waren, zu verwenden. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass der Kommentar, den ich in dem Video bekommen habe, korrekt ist, sodass diese Spitzen auch gleichzeitig kompatibel mit dem S-Pen sind. Also hier haben wir jetzt hier ein mitgeliefertes Tool bei den Spitzen zum Staedtler Norris und den S-Pen selbst. Und jetzt müsste man die Spitze hier mit Hilfe des Tools herausziehen können. Na, habs! Heurika! Die Staedtler Spitze ist deutlich dünner als die S-Pen-Spitze. Aber sie könnte da reinpassen. Hm, interessant. Jetzt gilt es zu testen, ob sie funktioniert. So, der Tausch, der Spitze hat jetzt soweit funktioniert. Das Problem war jetzt, dass ich mit dem mitgelieferten Tool die Spitze nicht ganz rausbekommen habe, denn die war schon ein bisschen in den Stift eingedrückt, weil halt auch oft fest aufgedrückt wird, wenn mit dem Stift geschrieben wird. Und ich habe jetzt einfach als Lösung eine ganz normale Pinzette aus dem Haushalt genommen. Die war in so einem Nagelschneid-Set-Kit mit dabei. Und mit ein bisschen Rumpfliemeln habe ich es dann geschafft. Die alte Spitze. Ich zeige euch dann die alte Spitze von dem S-Pen und nochmal eine neuere S-Pen-Spitze nochmal im Detailvergleich. Ich konnte sie so auf jeden Fall entfernen. Das Einsetzen der Spitze war dann auch ziemlich leicht. Ich habe sie einfach reingedrückt. Wie gesagt, ob sie funktioniert, das testen wir gleich. So, ich habe jetzt hier einen kurzen Test vorbereitet. Zum einen ist hier der originale S-Pen. Mit dem sollte alles normal sein. Ich habe ja nichts am Stift geändert. Der schreibt wie gewohnt sehr gut, deswegen kann ich mir den weiteren Test eigentlich sparen. Ich muss nur markieren, dass das der neue, also der originale S-Pen ist. Das ist jetzt der S-Pen, bei dem ich gerade die Spitze getauscht habe. Das wird jetzt interessant, wie das geht. Okay, das Schreiben mit der neuen Mine klappt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es ein merkbarer Unterschied? Ich schreibe jetzt einfach mal im Blau ein bisschen weiter da im Eck. Also, so rein. Also man sieht es, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber das Schreiben funktioniert auch weiterhin so präzise wie vorher. Ich nehme jetzt hier nochmal den originalen S-Pen. Hier wieder die Farbe rot. Und, also, okay. Das Schreiben fühlt sich definitiv anders an jetzt im konkreten Vergleich. Generell kann ich sagen, es funktioniert immer noch mit der neuen Mine. Aber, weil der S-Pen vorne ein bisschen angeraut ist, ist das Schreiben dadurch trotzdem etwas angenehmer, da man einfach einen gewissen Widerstand spürt. Den hat man mit der Mine, also mit der Ersatzmine vom Städler jetzt soweit nicht. Also, es ist ein glattere Schreiben. Es ist eher so ein bisschen wie eine Art, ich sage mal, Kuli. Und das ist eigentlich eher, es geht so ein bisschen ganz leicht in so eine Richtung Filzstift, also der original S-Pen. Dementsprechend würde ich sagen, ist es schon mal Geschmackssache. Und zu guter Letzt, ich habe gerade auch nochmal die Mine getauscht vom Städler. Das sollte eigentlich sich nichts verändert haben, weil ja die gleiche Mine drin ist. Ja genau, also das Schreiben im Städler funktioniert auch noch wunderbar. Dazu kann man sagen, der hat ja jetzt auch eine harte Mine drin, aber ich bin es von dem Stift gewöhnt und vom S-Pen halt nicht. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, Daumen hoch. Man kann auf jeden Fall die Ersatzminen vom Städler Norris Digital Jumbo verwenden. Ich verlinke sie euch auch nochmal in der Videobeschreibung dann. Und sollte mir noch irgendwas auffallen, mache ich dazu einen YouTube-Short. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch geholfen hat, lasst mir gerne ein Like da oder auch einen Kommentar. Und ansonsten hoffe ich doch, dass wir uns beim nächsten Video sehen. Bis dahin, ciao!